Die Aussichten fürs Bauen in Bayern sind derzeit schlecht. Das Eigenheim ist seit der Zinswende 2022 für viele in weite Ferne gerückt. In den vergangenen fünf Jahren wurden in Bayern rund 310.000 Wohnungen fertiggestellt, allein 2023 fast 66.000. Allerdings, im selben Jahr haben die Baugenehmigungen einen herben Einbruch erlitten. Nur noch rund 50.000 neue Wohnungen wurden genehmigt. Bedeutet auch, in diesem Jahr werden deutlich weniger Wohnungen und Häuser fertiggestellt. Bauen ist für viele unerschwinglich geworden. Steigende Material- und Lohnkosten sowie hohe Grundstückspreise, vor allem in den Ballungszentren wie München oder Nürnberg, machen das Bauen teuer. Aber auch die Zinswende vor gut zweieinhalb Jahren hat den Wohnungsbau enorm gebremst. Finanzierungen sind für die meisten Normalverdiener kaum noch zu stemmen. Bis Ende September hatte der Freistaat Bauherren mit zinsvergünstigten Darlehen geholfen, doch das Programm ist mittlerweile ausgelaufen. Ein neues nicht in Sicht. Bauminister Christian Bernreiter nimmt den Bund in die Pflicht. Ich bin ja derzeit auch der Vorsitzende der Bauministerkonferenz der Länder. Wir haben einstimmig vom Bund gefordert, dass jetzt wieder auch Sonderabschreibungen für selbstgemutzten Wohnraum geben muss. Der Bund hat ja massiv auch die KfW-Förderprogramme zurückgefahren. 2021 gab es 18 Milliarden Euro für den Neubau. Die Bundesbauministerin hat teuer 1,88 Milliarden Euro zur Verfügung gehabt. In den vergangenen drei Monaten hat die Europäische Zentralbank den Leitzins wieder etwas gesenkt. Also Kredite werden allmählich günstiger. Trotzdem, die Aussichten für den Wohnungsbau bleiben vorerst trüb. Und dazu jetzt bei uns der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, Stefan Müller. Herzlich willkommen. Zu Ihnen gehören ja auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken. Lassen Sie uns vielleicht zuallererst über die Baukredite sprechen. Wie hat sich da die aktuelle Lage in Bayern entwickelt? Wir haben es ja gerade gesehen. Die Lage bei den Neubauten ist tatsächlich so wie beschrieben. Also wir haben den deutlichen Rückgang in den vergangenen Jahren gesehen. Und was wir jetzt allerdings in diesem Jahr feststellen, ist, dass wir bei den Baufinanzierungen wieder einen Zuwachs haben. Tatsächlich von über 20 Prozent, also bei den Volks- und Raiffeisenbanken. Das klingt natürlich jetzt erstmal schon wieder sensationell. Könnte man sagen, ist ja alles in Butter. Es geht wieder nach oben. Aber wir kommen halt, wie wir auch gerade gesehen haben, von einem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Das heißt, für mich ist da noch keine Entspannung in Sicht. Also der Traum vom Eigenheim ist vielleicht auch aufgrund der jetzt wieder günstigeren Zinsen durchaus wieder vorstellbar für viele. Aber wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir noch vor ein paar Jahren waren. Was glauben Sie denn, wie lange wird dieser Trend noch so weitergehen? Also bis wann ist quasi die Luft zum Aufatmen? Ja, lässt sich natürlich schwer vorhersagen. Hat sicherlich auch was mit der Zinslage zu tun. Ich meine, die EZB hat jetzt die Zinswende eingeleitet. Wir wissen aber natürlich alle nicht, wie geht es da weiter. Also zinken die Zinsen noch, wird sicher sehr stark davon abhängen, wie auch die konjunkturelle Lage sich entwickelt und ob die EZB dann die Zinsen noch weiter senken kann. Also ich sage nochmal, es ist wieder etwas erschwinglicher geworden. Aber wir sind halt noch nicht dort, wo wir vor einigen Jahren noch waren. Und ich würde mal nicht ausschließen, dass auch viele potenzielle Bauherren und Baufrauen sozusagen dann auch noch abwarten und weiter schauen, gehen die Zinsen noch weiter nach unten oder wie bewegt sich die Situation dort? Also da warten viele noch ab. Wichtig ist aber eben nicht nur, sind nicht nur die Zinsen, sondern natürlich auch die passenden politischen Rahmenbedingungen, sprich auch Förderungen. Und da hat sich ja einiges geändert in letzter Zeit. Also wenn ich jetzt nur ans Energieeffiziente Bauen denke, wenn ich an die Heizanlagen denke, was hat das für Auswirkungen? Spüren Sie das? Ja, wir spüren vor allem, oder unsere Banken haben in den vergangenen ein, zwei Jahren schon gespürt, dass es da Unsicherheiten gegeben hat. Also nicht nur aufgrund der Zinslage, sondern eben auch, sagen wir mal, von sehr differenzierten und unterschiedlichen Botschaften, die die Politik da ausgesendet hat. Also was die Modernisierung angeht, was Energieeffizienz angeht, auch das sehr abrupte Streichen von Förderprogrammen, das hat alles auch zu großer Unsicherheit geführt und am Ende eben auch dazu, dass viele erstmal auch das Bauvorhaben des Bauprojektes private dann zurückgestellt haben. Wie schwer ist denn da auch tatsächlich dann eine korrekte Kalkulation? Weil man muss ja auch immer irgendwie ein bisschen was zurückhalten für Unvorhergesehenes, aber wenn quasi dieses Ping-Pong-Spiel die ganze Zeit weitergeht, das verunsichert doch, oder? Ganz offensichtlich ist es so. Also das bestimmt auch einer der Gründe, weswegen da große Zurückhaltung waren in den vergangenen Jahren. Also viele, die sich mit dem Gedanken tragen, auch ein Haus zu bauen oder Wohneigentum zu erwerben, überlegen sich ja auch, wie geht es denn auch mit meiner privaten, mit meiner persönlichen Situation weiter und wie ist da so die Einschätzung? Und ganz bestimmt ist es so, dass natürlich auch die schwierige konjunkturelle Lage, in der wir uns gerade befinden und die Unsicherheit dann auch, was den eigenen Arbeitsplatz angeht, dazu führt, dass eben Bauprojekte dann erstmal zurückgestellt werden. Ja, viel Unsicherheit gab es ja auch damals bei der Immobilienkrise in den USA 2008. Was würden Sie sagen, was hat man da gelernt? Also aus Bankensicht, wie geht man damit jetzt um? Und wenn man sich mal die ganzen Krisen der vergangenen Jahre anschaut, dann hat es sicherlich dazu geführt, dass viele Banken sehr viel vorsichtiger geworden sind beim Vergeben von Krediten, nicht nur im privaten Bereich, sondern vor allem natürlich auch im Firmenkundenkreditgeschäft. Das ist schon ein Thema, auch die Anforderungen der Aufsicht und auch der staatlichen Behörden insgesamt hat natürlich zugenommen, auch was die Risikovorsorge der Banken angeht. Also da haben wir definitiv eine Veränderung gesehen und an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar ein bisschen zu übertrieben, weil auch Regulatorik und auch die Vorschriften, die es da gibt, dazu führen, dass bei vielen unserer Banken halt auch Zurückhaltung ist, wenn es um neue Kredite geht.